Peace, Freude Wasser, ich komme zum neuen Vlog. Eigentlich denke ich jetzt so, hey, ist das richtig, was ich im Titel gelesen habe? Yugi? Ja, 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 ja. Ich gehe jetzt Yugi spielen in Aachen. So, heißt es noch Worlds, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das heute oder morgens ist, aber ich glaube heute und morgen. Deswegen Ben ist gerade da. Grüße raus, mein Ben. Vielleicht Hurt, Bro. Ich hoffe, ihr macht das. Masa, du, Worlds. Und ja, ich hatte Bock auf Yugi, deswegen gehe ich jetzt hier zu Local. Neue Bandits. Ich bin ein bisschen hyped. Ihr könnt euch die Bandits-Reaction angucken. Und mal schauen, wer alles da ist. Ich brauche auf jeden Fall eine SP Little Night. Ich habe die verkauft. Und dann wird das Ganze gerockt. Was für Deckspiele könnt ihr mal in den Kommentaren raten, werde ich gleich eh sagen, egal. Und ja, ist doch voll geil. Was auch morgen stattfindet, ist einfach YCS Aachen. A.K.A. Max YCS. A.K.A. Worlds Ben Zucuk. Keine Ahnung, auf jeden Fall wird ein Turnier. Funch halt ist so ein dickes in Aachen. Also was heißt ein dickes, aber hat Max jetzt organisiert in Aachen. Morgen, man zelebriert ein bisschen so Ben seinen Erfolg oder seine Game. Oder keine Ahnung, ob er ein bisschen Zuschauer sein wird. Und gleichzeitig füllen wir halt ein Turnier statt. So voll eine sehr, sehr nette Sache. Schaut zu allen, die das organisiert haben. Und ja, ich bin noch gespannt, wer jetzt alles da sein wird. Ich war ja ewig. Also ich war ja der letzte Local. War auch im White Rabbit, aber die war im Juni. Das heißt, jetzt drei Monate. Mal schauen, ob ich mein Deck irgendwas reißen kann. Naja, ich habe drei Decks gerade noch. Ihr könnt mal raten, welche drei Decks ich noch habe. Eins davon spiele ich. Und wie lange bei den Decks brauche ich noch halt eine Engine. Die habe ich. Ich habe meine Witch Engine weggegeben. Mit der müsste ich das spielen. Ich glaube, es ist hinzufügen. Aber mal schauen, wie es sein wird. Hey, wir sehen uns. Yo, was geht ab? Runde 1 gespielt. Runde 1 gegen Infernable Night mit Witch Wanted und aber auch so World Chalice Kram. Ich bricke. Ich gebe ab. Also, ja, ich sage, was ich spiele. Ich habe Pure Leap gezogen. Street, Dark Ruler, Vela, Imperm. Er spielt. Ich gebe den Vela auf irgendwas. Oder Imperm. Und auf Vela hat er dann gecrossoutet. Er hat durchgespielt. Und dann hat er aber halt irgendwie gemerkt, dass er den Brick gezogen hat von Ib. Und dann konnte er schon mal weiterspielen. Dann hat er auf IP geendet. Und dann habe ich einfach, ja, Dark Ruler. Und ich habe irgendein Spell gezogen. Nein, Prosperity. Prosperity into Delicious. Und dann habe ich damit halt, ja, Fette Noir gebaut, gewonnen. Game 2. Er geht first. Ich bricke. Ich ziehe Ash. Darauf gibt er mir Crossout. Ich habe Nip. Und Double Dark Ruler. Kein Starter oder sowas. Und, ja. Dann habe ich das gemacht. Er hat nur eine Karte in der Hand. Er meinte also, ey, wenn du Starter hast, sage ich, ich gebe aus. Ich meine, ich habe keinen Starter. Habe ich Nip und ich habe Droll noch. Ich mache Nip. Nip auf den Fels. Auch für mich hin habe ich genippt. Dann Normals haben Droll. Hol sein Ding. Es gab mir 3000 an. Noch SP. Leg SP. Gib ab. Habe ich auch, glaube ich, diese Szenarien reingemacht. Danach habe ich irgendwann, hat er auch die ganze Zeit Bricks gehabt. Habe ich Vela gesettet. Danach habe ich den nochmal Vela genommen, zusammen mit dem Lurulisk. Mit Lurulisk habe ich dann Zeus gebaut. Dann hat er mir irgendwann mal auf Zeus gegeben, wollte spielen. Aber ich habe dann, der hatte nichts, naja, hat aufgegeben. Erste Runde gewonnen. Und, ja, es geht weiter. Ich spiele Pörli. Aber wir können mal kommentieren, welche Dax ich noch habe. Also Pörli und dann noch zwei weitere. Jo, was geht? Haben jetzt Runde 2 und 3 gespielt. Dazwischen konnte ich nicht aufnehmen, weil es ins Zeigen gegangen ist. Ich habe Runde 2 gegen Whitewoods Roonic gewonnen. Und jetzt Runde 3 gegen Ritual Beast. Oder Spiritual Beast, keine Ahnung, geworden. Ja, er hat auch Shifter und so, aber danach hatte er nicht viel. Prosperity geerischt. Und, ja, Bock gemacht. Jetzt 3-0. Jetzt spiele ich gegen Jubel Finsmith. Gaming Pop mit FDK. Oder wieder Whitewoods Roonic. Mal schauen. Dann hype, hype, hype. Okay, gang. Saus iPhone 9. hier haben wir vier gespielt gegen the ring puppet hunig finance gewonnen haben wir mit fd card mit bastial er hatte die rank up hardlore und das zweite mal und dann das game hatte er keine handrefs habe ich mit fischer und so kleinen bots gelegt also beauty und nicht mal krass beauty und ein zornblumen jetzt noch letzte runde gegen weiß ich gar nicht gegen mich vielleicht gegen jp gruskin raus wenn er gewinnt sonst steht keiner zu null eigentlich let's go bin ich kurz zum ersten wund yo yo runde fünf gegen jp gespielt white of white woods runic match ups ekelhaft habe leider verloren war der einzige der zu null stand und wird jetzt zweiter gegen der erste war gegen den habe ich gewonnen gehabt so aber es ist ja immer das kommt ja nicht darauf an zum auf die overall an naja jetzt für booster bekommen kann aus ziel hat trotzdem bock gemacht ist runic match up ist ekelhaft ich hatte halt ein bürstchen aber ich konnte diese vom grave specials nicht also das bürstchen weil er kein monster hatte ich hab daran in dem moment gedacht hätte ich das vorher gewusst hielt hätte das glaube ich nicht so viel unterschied gemacht weil er dann auch mal ein bisschen was eigentlich gebuckt hätte und ich hätte dann also minus zwei bodys und hätte damit zwei handkarten spielen müssen oder so keine ahnung ja das hatte halt panker tops und der hatte auf runic zerstören panker tops und hat einen runic spell aktiviert ich wollte es dann zerstören der hat dann auch noch einen runic spell gehabt zum dinge sind also der genau perfekt die runic spell das war also key aber ja war geil jetzt mal gucken ob ich morgen wo ich jetzt Aachen spiele oder nicht entscheide ich dann morgen wahrscheinlich ja jetzt kommt kein deck profil natürlich mal schauen nächste woche ich habe jetzt bald mein kolloquium das heißt nächste woche werde ich nicht viel spielen können kein video drin können wahrscheinlich mal gucken was noch ansteht ist nächste woche werden lokaler turnier in dortmund kann ich nicht hin weil ich halt ne kolloquium und sonst november rief auf die auf die regional in utrecht nächste woche ich mir das em ticket für utrecht auch ich versuche es zu kriegen das wäre insane da wird one piece gegrindet und war geil ja ich wünsche euch allen noch ein schönes schönen sonntag so ich hoffe das video war okay hört mal in die kommentare was ihr jetzt nach der band ist durchspielt machts gut und band viel erfolg rasier mal jetzt jo kurz update hab heute gezogen ich wusste schon mal dass es da drin war ich hab irgendwie deja vu dass ich schon mal in dem motest drin war keine ahnung ich check gar nix mehr ciao ciao ja 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 Vielen Dank.